So, das Schnitzel tut mir leid, ich hab so lange gebraucht. Ja, ja, ist gut. So, wo ich bin, das Schnitzel tut mir leid. Sprechen wir mal einen ordentlichen Bauernskart. Wie muss der Wald sprechen? Oh, und da wendet sich das Blatt. Vielen Dank für die Mitarbeit, Herr Fellner. Na ja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. So wie Sie spielen, der kleinste Casanova. Mit vollen Hosen ist nun stinkend, ja, so, oder? Und hinten kackt die Ente. Ich scheiß dich ein. Herr Fellner, wo haben Sie denn Kartenspielen gelernt? Bei der Caritas? Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. 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 Ist wieder jemand gegen ein... Herr Böse, Sie haben doch was gegen mich. Ja, seit Tagen fällt mir das schon auf. Da müssten wir mal drüber reden. Jetzt halt doch endlich mal deine Schnauze, du Glücksscheißer. Ah. Ah. Sehen Sie? Sie werden immer aggressiver. Warum bin ich denn für Sie so eine Glücksscheißer? Ja, diskutieren wir das doch einmal aus. Jetzt pack doch endlich diese scheiß Schmalzschulle weg! Jetzt seien Sie doch mal nicht so. Ich bin so, Herr Böse. Ich will kein Schmalzbrot im Gesicht. Dann scheißen Sie doch nicht ein wenig ein bisschen Schmalzschulle. Wenn Sie noch einmal Scheißen zu mir sagen, dann kann ich nicht länger mit Ihnen zusammenarbeiten, Herr Böse. Herr Böse. Hatten Sie das jetzt verstanden? Du willst so stark sein und hast doch nur Tränen. Kannst dich so schwer ans Alleinsein gewöhnen. Denn schön wie ein Traum ist die Erinnerung. Stunden der Liebe, du hast sie besessen. Stunden so zärtlich, du musst sie vergessen. Denn das Leben geht ja weiter. Und jemand, der dich lieb, wartet schon auf dich. Na, 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 na. Na, na,... Dankeschön. Was hören Sie denn da? Indisch? Und, die Indianer haben ja auch ganz wenig geredet. Die saßen von ihrem Wigwam, haben nichts gesagt. Und so vielleicht nach drei Wochen, ein Wort. Aber das war was ganz Wichtiges. Uff, wahrscheinlich. Fragt des Silbermohn, wo Amore wohnt. Doch wann's wie zerbriht, das frage nie. Ist aber fertig. Zur Witte, zur Titte, zum Sack-Zack-Pruf. Was sagten Ihnen Kottbusserwöhnen? Naja, also der italienische Kutscher ist da vorbeigekommen. Während der Völkerwanderung. Und hat dann in den Postbus gekotzt. Daraus wurde dann Kotzbus. Das ist nicht genau so, als ich das zugetragen habe. Und wie ist die Pässe in Ihrer Zukunft? Wo sind Sie bei Kutcherkruppen? Also, ja, was ist denn das? Das sind ja Krampfabern, was Sie da haben. Das ist ja ein Bein, das hat eine Landkarte. Das müssen wir einschmieren. Ja, jetzt. Das ist nicht so gemein. Okay, warte, 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 bitte bei Ihnen zusammen. Ja, ist so gut. Äh, kein Humor, die Leute. Kommen Sie, Herr Föner, jetzt gehen wir schon. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war das? Nein, was soll ich schon sein? Ich war doch niemals in New York, ich war doch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Teams. Ich war doch niemals in New York, ich war doch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Hey, wo sind Sie denn hier? Ach, Sie sind es, Herr Bösen. Ja. Dauert es noch mal? Das weiß ich nicht. Herr Föner? Herr Bösen? Wissen Sie, Sie sind der erste Mensch seit meiner Mutter, neben dem ich kacken fange. Herr Bösen, das ist schön. Das ist immer per you, ich bin der Einzel. Ich heiße Kurt. Aber er erinnert sich nicht mehr, Kinderzeit ist lange her. Und das Schneehaus, das wir uns gebaut, ist seit den Jahren fortgetaucht. Aber er erinnert sich nicht mehr, Kinderzeit ist lange her. Und das Schneehaus, das wir uns gebaut, ist seit zehn Jahren fortgetaucht. Kinderzeit ist lange her. Kinderzeit ist lange her. Kinderzeit ist lange her. Hast du schon gelorst? Äh, was ist denn da los? Ich tue jetzt eine Kabine. Ich tue diese Trinklage. Was ist denn hier the author? Was ist denn da los? Habe ich gewonnen? Was ist denn jetzt? Schöner, du hast die App bin mit? Wo ist die App bin? Wo ist es denn da los? Was sagt denn Herr Chefarzt? Nur er sagt, ich habe Krims. Witzigkeit geht keine Grenze, nein! Witzigkeit geht kein Verdammt! Denn wer witzig ist, der tut lange! Und darum geht's in diesem Song! Wer ist jetzt? Ist das nicht die Kinderkindstation? Nein, die sind alle wohl schon umgezogen in den Neubau. Hier bin nur noch ich. Weißt du, man glaubt an so viele Sachen. Und mit einem Mal kommst du drauf, dass das, worauf es wirklich ankommt, ist was ganz anderes. Wirklich wichtig ist ... 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